Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Ich werde jetzt Kalk holen, so normal selber zurückfahren zum Feld und dann mal sehen ob das das nächstes mal klappt, selber Kalko. Ich habe dann nun mal Outreif rechts den Punkt jetzt eben mal so eingetragen. Ob das nun jetzt klappt, das weiß ich nicht. Der ist weg, direktiert mich. Aber gut, ne. Mal schauen ob ich hier wie ein Futterhahn geklappt habe. Ja, kein Beziehung berechnet, das ist nur typisch. Die wollen doch nicht arbeiten. Ja. Ja, der ist ungünstig, ne. Mit einer alle Portionen. Ich muss die mal drehen. So. Ich ziehe den jetzt nicht auf. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wieso? Geht das nun nicht. Ausklappen. Auffüllen ist gut. So, daran kann es nicht liegen. Oh, genial. Das ist ja gespeichert. Das ist ein Ding. Normalerweise. Soll es kein Problem geben, ne? Oder seitdem hier der Patch da ist. Denken wir uns, dass der Tool ist auch ein bisschen. Blöd. So, Deckel auf. Gut, dann gucken wir hier rein. Was steht da? Nix. Da drüben auch so ist, Düngersteuer. Da gehts. Zeig dir hier an. B, Motor starten. Düngersteuer anschalten, ist klar. Entladen. Abdeckung öffnen. Oh. Wir müssen das probieren. Und zwar. Nehmen wir den. Kann ja nicht sein, ne? So. So, jetzt auf der Kerl. Oh, nichts am Traktor. Kann ja auch sein, ne? Kann man besser malen, ne? Der Gerüst wird immer auch normal über Reifung. Operieren. Trellerburg. Standard. Der Gerüst hat er. Der Gerüst hat er. Doch schon wenig. Wäre ja ein Witz, ne? Hehehe. Aber raps die Erde laut funktioniert, glaub ich. Kann doch nicht alles alleine machen, ne? Komm mal da hin. Jetzt können wir aber gleich jetzt. Auf Taktiv. Oh, ich nehme, ich riech. Hahaha. Ich nehme, ich nehme. Ich nehme mal. Das ist nicht so. Fuck. Yo. würde eindeutig und faktor jetzt verstanden traktor oder ein wir haben nur diese schwachen so düngen reicht normalerweise so hier mal gleich kurz für laden muss ich übernehmen kurz laden Also da kalken, dann Gas dann, wir laden Kalk. Was ist los, geht da nix, normal schon, lass mal eine Runde fahren, ne, die fahren doch ganz schön weiter steigert, kann man sagen, wie man sieht, das funktioniert, ne, und warum fährt ihr da lang jetzt, ne, die müssen, ach so, ja, die fahren jetzt noch hoch und dann fahren wir entsprechend hoch und runter, so gut ist noch halt so, ne. Gut, Kalk ist fertig, dann können wir jetzt mit dem kümmern, besuchen. So, wo misst ihr so viel da? Gehen wir einen anderen Flug? Ich hab mich festgelaufen wieder. Das ist typisch. Oh, ich kann durch Wände gehen und durchs Dach. Dann nicht relativ verstreut, äh, verstrahlt, das kann. Ich glaub, das ist ein Ding, ne, das hat nicht funktioniert, äh, ne, wir wollen ja, wir wollen ja da anfangen, wo wir aufgehört haben, ne, was hätte ich jetzt schicken können mit einem Outdrive, das hat jetzt funktioniert. So, und hier, oder, wir wollen gleich gucken. Einstellung. Benutzen. So. Da würde Dünger wieder wegholen, also. Das kann sein, dass ich Fahrzeug im Weg stehen, also, das ist möglich ist es. Dass ich Dünger, äh, Richtung, Lager reinbringen. Erstmal. Na, das ist ein bisschen langsamer Bursche, das ist ein bisschen schwach. Und warum das in der Eintracht noch nicht funktioniert? Keine Ahnung. Hat vorher eigentlich immer funktioniert. Könnte auch ein Petschling, 1,7 oder so, keine Ahnung. 7,1 oder so. Könnte. Könnte. Muss aber nicht. Morgen ist Sonntag. Gott der Dank. Könnte meine Pflanzen reinholen. Haha. Stehen draußen. Aber schon rausgelose Erde. Gehen antrocknen. Den Rest in der Wohnentrocknung. Ist ja nass. Könnte man vertaulen. Beziehungsweise durch das Schimmelwirr. Und im Keller. Hier, Bleistur. Okay, los. So passiert. Mal gucken wo er auf, wo er fertig wurde. Na, nächster Ding. Das ist jetzt Folge 04. Donnerstag. Mal sehen. den Samstag. Sonntag. So. Mal gucken wo er aufgehört ne. Doch nicht. Wahrscheinlich hier irgendwo. So. Das muss ein Lahn werden. Normalerweise muss das eigentlich immer weg sein. Naja. Wird schon sein. So. Und viel Kalk. Wird nicht fehlen. Da. Ne. Hier. Ne. Ne. Na. Da kann man besser erkennen. Wachstum. Ne. Kann man nicht erkennen. im Grunde müssten wir hier wieder anfangen oder hier oben so gleich hole ich jetzt selbstständig ja scheiße was ich muss hochfahren die Pfeile sind die Richtung blöd dunkel draußen die Sonne geht weg oh mein, oh geht das schon noch früh halb vier um rechts ja dann können wir hier auch noch düngen dann kann man den Fingerlai von und gleich hinterher noch mal dünn mit der Aussage dann sprechen mal gucken da ich denke mal hat er hier aufgehört liegt nah da machen wir weiter ein bisschen glück die müssen schon die müssen schon arbeitsmodus nehmen für düngen und Aussage und Karten sonst wird auch nix das ist ein ungünstig und kein Kalt drauf kommt wenn es verlangt wird dann sollen sie es kriegen hängt auch im Bola normalerweise so fertig schau mal durch wieso er kann keinen Punkt erreichen muss ich nicht verstehen vielleicht sind nur so viele Abfahrer hier das kann auch sein wirklich aber schieb schieb wahnsinn muss hier auch Kalk rein nö der ist fertig gut dann kann der wow hier meine Pappe gerade auf wahnsinn die bauen auch nie wachsen die wachsen auch nur sonntags so dann gehen wir auf Feld Nummer 2 aber dann Feld Nummer 2 gedüngt das ist ja eine coole Frage muss ja sonst wäre ja nicht grün äh blau beim nächsten Mal können wir dann entsprechend die Aussaat einbringen und dann ist er mit dem gedüngt zum zweiten Mal und wenn dann er gekeimt hat dann könnten wir Umkopf bekämpfen und dann kann er mal gedüngt werden und ist er fertig in der Theorie Praxis und mal sehen auf jeden Fall auf jeden Fall wenn wir mal kuppern kuppern ist ja kein Problem machen wir normalerweise nicht würde ich jetzt nur die Aussaat machen und wäre für durch ne so liebe Schauer das soll es dann auch für heute gewesen sein jetzt dann mal tschüss und tschüss und tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen tja morgen geht es hier weiter mit der Ernte Robert du Kalten tschüss 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 tschüss